Musik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge um die Unibus zu 100 auf dem WebCloud-Pack die Linie 2750 Richtung Musik 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 Klaut aufgrund die 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 drück der erste Kumpf mit Zeit 6 und 20 diese Folge geht in die erst denn hier muss es uns und das 6 12. oder 16. auf ich hab Zeit, ich hab Ruhe ich müsste auch mal anstarten, weil das stimmt nicht ein anderer Bus das ist kein Klappig Bus, sondern ein reiner Bus ich glaub das wird nicht mehr hergestellt ich glaub das wird nicht mehr hergestellt ich glaub das wird nicht mehr hergestellt weil Gott sei Dank muss das erstens ein bisschen größer sein wenns nicht größer ist, muss viel mehr Technik da hinten drin stecken ich hab mir muss mal so ich weiß was ihnen geht ich weiß was ihnen geht die FPS-Zahlen die gibt es mal wieder zu mir schreien du bist schreit mir viel los ich sag mal so, ich schau dass ich wenn die es sind zurück würde du mehr wird sie dafür ich hab mich nicht geeignet ich hab hier sehr viel Partikel aus ich hab gleich keine moderne ähm 950 oder ich hab 950 glaub ich hab 950 ich glaub das auf dem Gdumsch geklaut wird einfach nochmal zu wenn man sich in Sicht bei dir liegt deswegen wenn das gut so heißt ja samstags oh samstags omsi aber das jede Woche bloß die Live-Mode noch dazu das heißt es ist für vielleicht größere Zielgruppe ansprechen aber sagen okay samstags ich weiß ca samstag kommt ein Video ich schau es mir an wenn ich jetzt Bock hab und ich woher geht's noch mal ein oder hinten okay aber früher wo es nicht ist ja die halt sitz wo es jetzt schneller hier geht es. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich schaue den Focken. Ja, ich schaue den Focken. Was ist denn auf der Welt der Zustände? Was ist denn auf der Welt der Zustände? Was ist denn auf der Welt? 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 Was ist da auf der Stelle? Was ist denn der einzige Fahrkast, die es denn gekriegt hat? Schöpfe Tschüss und ich will wohl in den Stadion. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Ihre persönlichen Hauptgegenstände mitnehmen. Danke, dass Sie mit dem RR Hobby in der Hase von uns sind. Bis zum nächsten Mal. Auch nicht. Das sage ich jetzt nochmal für euch. Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.